Bist du jetzt ein bisschen aufgeregt, dass ausgerechnet Elias Embarek der Gegner ist? Ja, sehr. Auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, bei dir ist es nicht anders, oder? Das ist für dich ja auch eine Herausforderung. Also er hat definitiv mehr Filme gesehen als ich. Ich kenne zum Beispiel Star Wars, habe ich noch nie gesehen. Harry Potter noch nie gesehen. Wirklich? Ich steige ernst. Ja, tatsächlich. Ich kenne nur meine eigenen Filme. Guckst du deine Filme hinterher? Ja, also einmal natürlich, aber danach eigentlich nicht mehr.